Jo, hi Leute! Ich weiß, es ist ein Feuerwerksverbot. Nein, ich weiß nicht, ob man noch eine Chance hat, seine bestellte Ware zu bekommen. Und warum mache ich den Prospekt? Ganz einfach. Ja, ich mache es aus dem Grund, um zu sehen, was im nächsten Jahr, falls es denn nochmal Feuerwerk geben wird, wovon ich ausgehe, was dann die Preisentwicklung ist, ob das begleicht bleibt, niedriger wird oder steigt. Und ja, wir fangen einfach mal an. Es ist Netto-Markendiscount. Ja, wir haben hier so einen kleinen Verbund, den gibt es auch bei Edeka oder eigentlich so gut wie überall, wo es Netto gibt. Wir haben hier drei verschiedene kleine Batzen drauf. Ja, eine Heuler-Batterie, eine mit größeren Zerlegern und ja, ein bisschen andere Effekte. 10 Euro. Ja, ich habe die mir mal mitgenommen. Geht eigentlich. Ja, habe ich nur mitgenommen, weil die damals so süß aus war. Also auch ganz klein. Also denkt jetzt nicht, dass sie es riesig wäre oder so. Ja, das war die erste Seite. Zweite Seite. Natürlich haben wir das hier ein bisschen auf dem Kopf. Wir haben hier die Sky Illusion für 17,53. Ja, Komet halt. Dann haben wir hier die Starsherriff, glaube ich, für 1948, beziehungsweise hätten wir gehabt. Dann hätten wir hier gehabt die Airwolf oder sowas. Ich erkenne das leider nicht so gut. Scholl, danke schön. Ja, daneben, ja, kann man nicht erkennen. Starlord oder sowas. Kein Plan. Ja, der Schuh quietscht ein bisschen, ich weiß. Dann nehmen die Ultimate und danach eine Banger Zone Batterie. Ja, ich werde nicht so ganz drauf eingehen, weil es wird ja eh kein Feuerwerksverkauf stattfinden. Den Grund, warum ich das mache, habe ich schon gesagt. Also kommt nicht wieder wie einer, der ganz schlau war und schreibt hin, Dislike. Es wird kein Feuerwerksverkauf geben, weil es gibt Leute, die sind, sage ich einfach so, wie es ist, zu blöd, zuzuhören, was man da erzählt in dem Video. Und wir kommen zur Big Powerbox. Ja, ihr habt hier kleine Batzen und Fontänenbatterien drinne und von denen. Für 20 Euro finde ich etwas happig. Generell Komet eigentlich sehr teuer und man hat halt nicht so wirklich die Leistung, die man halt erwartet. Dann haben wir hier Profi-Set, äh, Pyro-Profi-Set. Ja, Batterien und Fontänen drinne. 30 Euro ist ein bisschen teuer. Dann die Stairway to Heaven für 1948. Dann eben die Big Jack für 29,23 Euro. Und darunter die Fire Challenge. Für einen Preis von knapp 40 Euro ist, ja, naja, wieder auf der Seite. Das teuer, die fand ich eigentlich ganz cool. Ist aber halt, äh, Komet und, ja, ist nicht so meins. Ups. Und, ja, dann die Obsession. Daneben haben wir die Step Up. Das muss ich hier kurz noch mal antworten, einen Moment. So, und, ja. Dann haben wir hier Shooting Stars. Das ist ein, ähm, Verbund, in Anführungszeichen, wo nur Kometen rauskommen, beziehungsweise Röleys. Dann, das kann ich leider nicht erkennen, ja. Die Eternal Light, auch nicht so besonders, es ist eine Fontäne. Ja, dann muss ich hier noch mal kurz antworten. Einen Moment, ist gerade wichtig. Ja, haben wir hier die, äh, Wunderkerzen für 1,93 Euro, eine Wunschrakete. Ja, ist eigentlich so der gängige Preis. Es gibt auch, äh, Dings, teurere, ja. Da kann man dann mal, ähm, ganz gerne zuschlagen. Dann haben wir hier Jugendfeuerwerk. Das wird es geben, Stand jetzt. Ja, das ist vollgeknallt mit Knallerbsen, Wunderkerzen und sowas. Ja, es gibt nur das, deswegen mitnehmen, damit ihr überhaupt was zünden könnt. Ich selber habe auch keinen 27er Schein und, damit man irgendwas hat, ist einfach lächerlich. Und die Bestellung, weiß nicht, ob die ausgetragen werden. Äh, keine Kaufempfehlung, wäre oder würde sein, der Comet D-Böller schinken. Das ist viel zu teuer für 6 Euro. Ja, die hatten mal immer den von Keller, glaube ich, der war noch gut. Ja, Keller wurde von Comet übernommen, aber, ja, für den Preis nicht mitnehmen, nein. Kracherentferner, beziehungsweise Big Bang, ja, ist dies auch, ne, oder wie hieß das, weiß ich nicht. Ja, ihr habt hier eine Knallkette drinne und diverse A-Böller, B-Böller, D-Böller, Superböller 1 und 2, Cracker, nee, A-Böller gar nicht, nur B-Böller. Ja, ist, finde ich ein bisschen zu teuer, ebenfalls zu teuer ist auch das Pack hier unten. Ihr habt hier vier Kubis, paar Reibkopfknaller, Frösche und ein paar Böller und holt euch dann dann wirklich lieber ein Schinken, ganz ehrlich. Dann haben wir hier die Riesenkanonschläge, ja, zu denen kann ich nichts sagen, weil ich die noch nicht hatte und auch noch nicht so wirklich verfolgt habe. Ja, muss man selber entscheiden, müsste man oder hätte man mitnehmen können zum Testen. Ja, hier ein Feuerlöscher und irgendwie so ein Anzündding oder sowas, was per USB zu laden ist, glaube ich, ja, nicht wirklich wichtig. Dann die Himmitskara, ja, wäre was für mich gewesen, die Raketen, das Set hier ist, ist das das hier? Ja, das müsste das sein, wäre eine Kaufempfehlung gewesen, allein wegen dem Feuerwürz da drinne. Ihr habt hier zwei, vier, sechs, sieben Raketen, glaube ich, drin gehabt. Ja, wäre super gewesen. Das hier ebenfalls, das Skyfall, wäre auch ein super Set gewesen für jung und alt. Ja, doch, habe ich wirklich jung gesagt. Ihr habt hier ein paar Kugelkopfraketen drinne, zwei Stück, normale Raketen, hier Vulkaner, Fahne, Fontänen, Zündkerzen, Zündkerzen, vor allem, ja, Moin. Äh, Wunderkerzen meine ich, Böller und Fontänen. Ja, das hätte man noch mitnehmen können. Darunter, finde ich persönlich, dann schon wieder zu teuer. Ist ein großes Set mit Raketen, Vögeln, Jugendfeuerwerk ist, glaube ich, auch drin. In meiner Kenzeit leider auf dem Bild nicht so gut, weil es auch auf der Seite liegt. Warum auch immer man das so hochladen muss. Ja, würde ich nicht mitnehmen. Ähm, dann haben wir hier die, ähm, wie heißen die, Golden Sky, glaube ich. Sind auf jeden Fall Goldraketen, zwei, vier, sechs Stück. Eins, zwei, fünf, ja, doch sechs Stück für 8,76 Euro, kann man mitnehmen. Die sind sogar ganz gut eigentlich, auch wenn es von Komet ist. Ja. Daneben haben wir die, kann ich nicht erkennen, Streetfighter, glaube ich. Raketenset mit 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Raketen. 10 Euro, kann man machen. Dann haben wir noch ein kleines Premium-Set, in Anführungszeichen, mit Vulkanen, Goldfontäne, diversen anderen Sachen und Raketen. Ja, ich bin halt nicht so der Komet-Fan. Lasst liegen am besten. Dann haben wir die Space Rockets. Ihr habt hier so, ja, wie nennt man die? Ich nenne sie jetzt mal Kugelkopfraketen. Hab da 1, 2, 3, 4, 5 Stück drinne. Ja, ist mit 14 Raketen, glaube ich. Ich zähle die jetzt nicht nach. 14 Euro, ja, ob die alle einen Zerleger haben, weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Kann man aber zum Test mal mitnehmen, weil pro Raketen Euro ist eigentlich ganz fair. Showmaster, 27 Raketen, 20 Euro, das sind keine Zerleger-Raketen. Das ist auch schon leider der letzte Artikel. Ja, kann man die mitnehmen oder nicht? Ja, man kann sie sich mitnehmen, aber erwartet nicht zu krasse Ausbreitungen. Oder erwartet auch nicht so krasse Zerleger. Ja, Steighöhe soll angeblich bei den Teilen immer 90 Meter sein, da glaube ich aber nicht dran. Ja. Dann nimmt lieber einen Arena of Rockets oder einen Indianapolis für 18 bzw. 20 Euro mit. Da habt ihr 18 bzw. 20 Raketen drinne. Habt ihr mehr von. Dann würde ich lieber sowas nehmen. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst doch gerne noch ein Abo da. Ich werde dennoch, auch wenn es kein Verkauf geben wird, weitere Prospekte hochladen, wenn ich noch welche finde. Wie gesagt, abonniert den Kanal. Schöne Weihnachten noch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haltet durch. Bis dahin, haltet durch.